Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Goldfelskrieg einzunehmen bei Bauer Goldfeld in das Sturmsanktal an dieser Position. Hier unten sieht man den Eingang zu diesem Gebäude. Da müsst ihr einfach den Weg folgen und ihr kommt zu diesem NPC. Nehmt die Quest an. Nun darf ich hier Ersatzgewebe anklicken mit der rechten Maustaste, also einfach benutzen und dann darf ich hier alles beschießen. Wie man sieht sind diese greifenden Dornen auf Entkommen in hier in der Beta. Diese Bombe hier wird sein Stun. Die Mobs hier unten sind auch auf Entkommen, aber da kommen auch genug Gegner. Was ist mit denen? Entkommen. Vielleicht klappt es im fertigen Spiel, dass die nicht mehr auf Entkommen sind. Ansonsten ist es auch egal, weil es gibt genug andere Mobs. So, hab jetzt 20. Nun kommt ein großer Mob. Den kann man auch stunnen mit der Bombe und sobald der erledigt ist, darf man die Quest auch schon bei Bauer Goldfeld abgeben in das Sturmsanktal an dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao! Ciao! Vielen Dank.